Ich bin Christina, ich bin 25 Jahre alt und hier in Dortmund eine von vier Stadtvorsitzenden des BDKJ. Das ist der Bund der deutschen katholischen Jugend. Kirche für mich funktioniert als Gemeinschaft und ich möchte eben diese Interessen von jungen Menschen hörbar machen, weil ich glaube, dass sie eben viel zu sagen haben und dass sie oft eben nicht gehört werden. Und da sind eben dann alle Themen wichtig, die katholischen Jugendlichen unter den Nägeln brennen. Das sind zum Beispiel eben Themen wie Klimaschutz, aber auch Vielfalt in der katholischen Kirche. Mein Glaube sagt mir, dass Gott alle Menschen liebt. Das ist für mich eigentlich die Basis. Wenn sich katholische Kirche daran orientiert, glaube, dann können wir auch wirklich den Glauben leben. Ich finde der BDKJ ist da ganz wichtig, um zu zeigen, hey, katholische Jugend kann was und so lebt sie ihren Glauben. Das ist vielleicht aber nicht genau so, wie es der Papst vorschreibt, aber man sieht ja eben auch, es verändert sich was. Und ich möchte aber Kirche trotz ihrer Probleme weiterentwickeln. Also ich möchte eben mitgestalten und deswegen bin ich immer noch Teil davon. Das ist mein guter Grund. Und was ist deiner? Und was ist vielleicht das? Das ist mein guter Grund. Vielen Dank.